Willkommen zurück bei Subnautica So jetzt wollen wir... Achso, die fixt noch Oh! Essen, essen Inventar ist voll Äh So Na, das hab ich jetzt gemacht Okay Das packen wir da rein, das packen wir da rein Das brauch ich nicht Ja klar Achso, es passt ja nicht rein So, dann nehmen wir noch Eins, zwei So Und jetzt beide voll? Ja, sind beide voll Okay Wasser haben wir dabei Achso, das Ding braucht ja auch noch Strom Hm, egal So, zumindest möchte ich jetzt mal wieder Richtung Aurora Äh, die ja nicht in der Richtung liegt Sondern in der Ob wir vielleicht irgendwo noch die Aurora betreten können Außer jetzt bei dem einen Eingang, wo wir waren Ich würde sagen, wir schippern einmal um die herum Ich würde sagen, wir schippern einmal um die herum Hallo Hallo Du bist der Leviathan, oder? Äh Lass mich mal los, du Hallo? Ey, meine Seemotte Nee, schon wieder Nee, schon wieder Meine Du bist ne? Ich bitte Hier Hüi Bist du? Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Du gehst Du bist A'komm Du bist Ich glaube, ich soll dem erstmal den Enttäuschkörper basteln. Okay, was brauche ich für einen Enttäuschkörper? Was sind das? Drüchter, ein lichtes Glas, aber das ist ja schon länger. Titan und Kabelsatz, dafür brauche ich Silber. Das sind die fast wieder meine Silber. Ich habe ein paar Seemotte verloren. Ich glaube, ich habe einen Skifahren brauchen, war das drin? Ey, nicht Quarz. Ich habe doch Quarz gerade abgewählt. Das ist blöd. Skifahren brauchen. Das ist blöd. 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 Blöd. Ja, okay. Die finde ich dann eher hier unten so. Ja, ich glaube da unten gibt es so ein, zwei, drei Stück. Oh Ah Ah Stimmt ja Was war das? Lithium Natürlich war es Lithium Was auch sonst Diamant Nicht schau Irgendwie schau ich immer nach dem falschen Gold Hm Hier bin ich irgendwie falsch Das ist nicht so ganz das was ich wollte Ich habe noch den Fallchen gesucht Hm Tuk Tuk Ich kriege das auf dass ich das nicht so nicht einsammeln kann Ich kann Ich kann Kupfer 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 Glock Kupfer Das kenne ich doch nicht. Was bist du? Kreaturen-Ei. Okay. Silber. Titan. Aua. Silber. Okay, hier sind wir jetzt. Ich tauche nur vorsichtshalber mal auf. Oh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So komisch an. Ah. Aaaaah Was ist? Ah hier Silber Oh, da ist die Seemutter Ja, ein bisschen was können die sogar noch sammeln Was bist denn du? Aua Sag mal, was ist, um auf mein Schiff anzugreifen? Was ist denn? Komm her! Ja! Ach! Witzig, willst du weg? Ja Jetzt hat er den anderen Beißer einfach gefressen Gold Jo, wir sind voll So So Auf geht's So, ich hab noch zwei was in Passing 100m Opsigen effizient Tja, Tja Na ja, okay Das uns jetzt natürlich der Leviathan so wegschnappen musste, ist blöd. Ne, Ausrüstung, Geräte, Titan und Kabelsatz. Ach, das sind gleich drei Stück. Habe ich wohl ein bisschen viel gesammelt dafür. Wir holen uns jetzt aber noch ein paar Korallen und machen uns noch ein bisschen Wasser. So, dass wir hier nicht mit halbleeren Batterien losgehen. Oh, skin. Oh, skin. Oh, skin. Oh, skin. Oh, wie der Leviathan sich einfach da die Seemotte so weggeschnappt hat, so weggesnackt. Oh, wie ist das? Größer. Ja, da passt schon ein bisschen mehr rein. Okay, dann sage ich mir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Subnautica. Ciao.